Wird das eine Torchance? Die Chance jetzt. Unglaubliches Tor. Was für ein Hammer. Ein Traumtor. Der Ball prallt von der Torlatte. Hinter die Linie. Keine Chance für den Torhüter. Da war so viel Wucht dahinter. Da kann er nichts machen. Draxler. Chance für Goß. Oh, wieder Tor. Und da fällt ein weiteres Tor. Zwei Treffer in so kurzer Zeit. Sie haben einen Lauf. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genauer anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung. Genau so hat er sich das erhofft. Und es ist das, was also ein Sitz, hat er da. Aber es ist das, was wir ja noch mal genauer.